Heute zeige ich euch, wie ihr in nur fünf Minuten eine tolle Illustration in Progrid machen könnt. Macht den Hintergrund dunkelblau und dann tragt ihr drei weitere hellere blaue Farben auf. Achtet, dass das untere Blau sehr hell ist. Geht auf die gaussische Unschärfe auf die Ebene, zieht den Stift nach rechts, dann habt ihr diesen schönen Farbverlauf. Mit dem Wolkenpinsel, der ist in Progrid dabei, macht ihr hier ein paar Wolken neue Ebene oben drüber. Und dann macht ihr hier so eine dunkle Linie, ist dasselbe blau wie ganz oben, droppt die Farbe rein. Und aus meinen Landschaftspinseln habe ich mir jetzt die Tanne genommen. Link ist in der Bio, wenn euch das interessiert. Und dann mache ich hier so ein paar von den Tannen hin, in unterschiedlichen Größen, damit auch so die Illusion von Tiefe auch dargestellt ist. Anschließend werde ich mir den Schneegestöberpinsel aus, der ist in Progrid dabei. Und dann mache ich hier so ein bisschen Schneegestöber oder in dem Fall halt eben Sterne. Anschließend noch einen Kreis für den Mond, den befülle ich mit weißer Farbe. Dann nehme ich den weichen Pinsel und radiere an der Seite so ein bisschen weg. Achtet drauf, dass die Deckungskraft nicht auf 100% ist. Und fertig ist eure 5 Minuten Illustration. Viel Spaß beim Ausprobieren!